Leute, das Licht ist einfach absolut fantastisch. Ich kann es echt nicht fassen, dass ich so ein Glück habe, diesen Spot komplett für mich alleine zu haben, bei so einem Licht. Richtig geil. Das werde ich nie wieder in meinem Leben so bekommen. Wahnsinn! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Island. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute bin ich an einem ganz speziellen Ort, weil eigentlich ist es der Ort, der markanteste Ort, der ikonischste Ort hier auf Island, nämlich der Kircufel. Aber ich war schon mal hier und es war so schlechtes Wetter, dass ich die Kamera nicht mal ausgepackt habe. Das muss man sich mal vorstellen. Endlich habe ich es jetzt geschafft und ich denke mal, heute haben wir ziemlich gutes Wetter, würde ich sagen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Es ist jetzt, ich glaube, so halb elf hier in Island. Das Schöne ist, es gibt Mitternachtssonne, das heißt es wird nie richtig dunkel und wir haben die ganze Zeit gutes Licht. Seit zehn Uhr ungefähr bis um drei Uhr morgens hat man eigentlich gutes Licht zum fotografieren, wenn nicht es zu bewölkt ist. Aber ich denke mal, so was man auf dem Wetterradar gesehen hat, sieht das heute echt gut aus und es soll erst wieder so gegen vier Uhr zuziehen. Von daher bin ich sehr, sehr gute Dinge und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Leute, ich bin angekommen an dem Spot. Es ist gutes Wetter und das Beste ist, ich bin komplett alleine. Es ist zur Einordnung der 30. Juni 2020, das heißt, seit 15 Tagen ist Island überhaupt erst wieder offen für andere europäische Staaten, dass man da überhaupt hinreisen darf. Und das ist ein absoluter Glücksmoment für mich, da ist diese Reise, die ich schon vor über einem Jahr gewucht hatte, erstens, dass das wirklich sechs Tage bevor ich losgeflogen bin, wieder geöffnet wurde und ich deswegen hier eigentlich komplett alleine auf Island bin. Also das ist echt wunderschön, diese ganzen Locations, die habe ich immer für mich komplett alleine jetzt und das wird so halt nie wieder passieren, weil irgendwann wird es natürlich wieder losgehen mit dem Tourismus und das hat man dann so natürlich nicht mehr. So Leute, ich habe die Kamera mal aufgebaut und jetzt suche ich so ein bisschen die richtige Komposition. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Also so sieht das Ganze jetzt gerade aus und ich überlege mal, ob ich noch ein Stück weiter nach links gehe. Das probieren wir einfach mal aus. Jetzt ist es natürlich hier schon sehr abschüssig, aber tatsächlich glaube ich, das hat noch mal ein bisschen was gebracht, weil so der Wasserfall ein bisschen dominanter noch kommt und ich habe vor allem auch den Auslauf von dem Wasserfall in die rechte Bildhälfte noch komplett mit drin und dadurch kriege ich das ganze Bild noch ein bisschen mehr Tiefe. Also das ist eigentlich schon besser, wenn ich ein bisschen weiter hier vorne stehe. Und jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich noch ein Stück weiter mit der Kamera runtergehe. Weil ihr seht das ja auch hier. Hier hätte man noch so schöne Vordergrundelemente. Die pflanzen so ein bisschen, vielleicht auch die Steine. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen was mit raus. Okay, ich glaube ich habe jetzt tatsächlich die optimale Komposition erstmal für den Anfang gefunden. Ich blende euch die auch noch mal ganz kurz hier ein. Man muss natürlich immer bedenken, oben und unten ist noch so ein bisschen was abgeschnitten jetzt in dem 16 zu 9 Format. Also das wäre dann tatsächlich ja noch mit drin. Also oben und unten hat man noch ein bisschen mehr Platz, sodass der Himmel ein bisschen mehr drauf ist und unten auch ein bisschen mehr Vordergrund. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das Ganze wird. Jetzt habe ich mal gerade eben noch den Polfilter drauf geschraubt und auch einen Grauverlaufsfilter. Und ihr seht jetzt im Bild mal direkt den Unterschied. Ich zeige euch nochmal vorher und das ist nachher mit dem Polfilter und mit dem Verlaufsfilter. Dadurch habe ich den Himmel noch so ein bisschen abgedunkelt, vor allem mit dem Verlaufsfilter. Und damit ja so ein bisschen die Belichtung einfach noch besser hinbekommen im Bild. So, wir sind jetzt ungefähr schon eine Stunde hier. Das Licht verändert sich immer mehr und vor allem, das Schöne ist, der Himmel wird richtig dramatisch steigen. Die Sonne kommt jetzt so langsam durch die Wolken durch und ihr seht es ja auch, die Wolken werden richtig schön angestrahlt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass noch ein paar Wolken so ein bisschen weggehen, dass die Sonne noch ein bisschen mehr durchkommt. Dass wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen Sonne auf den Berg bekommen. Ich habe es nicht genau ausgerechnet, ob das funktioniert, aber ich hoffe es einfach mal. Und dass wir halt dann auch die Wolken von unten noch größer angestrahlt bekommen. Also das ist jetzt mal ein bisschen eine Geduldsfrage. Ich bleibe auf jeden Fall noch hier und gucke, ob es sich noch verbessert. Im Moment wird es auf jeden Fall besser. Und ich hoffe, dass wir am Ende ein richtig, richtig gutes Foto haben. Und ich hoffe, dass wir am Ende ein richtig, richtig gutes Foto haben. Es ist unfassbar geil, wirklich. Ich bin so zufrieden mit den Shots bisher. Ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter. Und zwar entferne ich mich jetzt noch ein bisschen von dem Wasserfall und von dem Berg. Denn da hinten ist noch mal ein richtig cooler See. Und ja, ich denke mal, das Motiv kennt man eigentlich auch. Aber da gibt es noch mal so eine richtig coole Reflexion. An der Einecke vom See ist es nämlich Windstille. Das sieht man von hier aus schon ganz gut. Und da hoffe ich, dass ich den Berg noch mal mit einer schönen Reflexion und einem geilen Himmel hinbekomme. Ich bin gespannt. So Leute, ich bin jetzt am See angekommen und fotografiere jetzt hier noch mal diese wunderschöne Spiegelung. Wirklich richtig schön, weil der Himmel auch gerade richtig toll ist. Und ich habe jetzt meine Kamera hier unten hingestellt. Der See ist nicht ganz ruhig. Deswegen bin ich jetzt gerade so bei einer Zwei-Sekunden-Belichtung. Dadurch wird das Wasser noch ein bisschen glatter und die Spiegelung sieht eigentlich wirklich perfekt aus. Und was ich zusätzlich noch gemacht habe. Ich habe meine Kamera hier so positioniert, dass hier unten so ein paar Steine im Vordergrund sind. Das Foto blende ich euch auch noch mal ein. Und dadurch gewinnt das ganze Bild noch so ein bisschen mehr Dreidimensionalität. Was man aber machen muss, wenn man die Kamera so nah an so einen Stein packt und diesen Stein auch noch scharf haben möchte. Fokus-Stacking. Da passt das dann auch nicht mehr, wenn du mit Blende 11 oder Blende 16 arbeitest. Das kriegst du nicht mehr hundertprozentig scharf. Deswegen Fokus-Stacking. Das heißt, ich mache mehrere Belichtungen und verschiebe dabei den Fokus immer so ein bisschen. Erst auf den Hintergrund, dann auf die Steine im Vordergrund. Und wie ich das Ganze in Photoshop zusammensetze dazu, gibt es bereits ein Video auf dem Kanal. Verlinke ich euch hier oben. Hier rechts oben müsste es sein. So Leute, ich habe jetzt gerade hier nochmal die letzten Shots. An der Stelle gemacht, weil der Himmel jetzt gerade nochmal so toll geworden ist. Er verändert sich halt irgendwie alle fünf Minuten. Obwohl wir die ganze Zeit roten Himmel haben. Immer wieder was anderes, weil die Wolken halt schnell weiterziehen. Und ich würde sagen, jetzt ist es aber soweit. Jetzt bin ich fertig. Ich habe nochmal Hochkant und Querformat gemacht. Und ich kann euch nur sagen, diese Location ist absolut cool. Ich weiß, sie ist sehr bekannt. Aber man kann hier auf jeden Fall auch Shots machen, die nicht jeder hat. Vielleicht ein bisschen andere Winkel, weil das ist jetzt hier so der klassische Shot. Aber ich habe euch auch gezeigt, weiter hinten am See, die Spiegelung. Wenn man hier mal weiter runter geht, dann gibt es da auch nochmal coole Sachen, coole Spots. Und ich kann euch wirklich, wie gesagt, nur empfehlen, kommt her. Vor allem macht es im Sommer, weil da geht die Sonne wirklich hinter dem Berg unter. Geht auch auf der anderen Seite hinter dem Berg wieder auf direkt. Und ihr habt dazwischen eigentlich die ganze Zeit Zeit zum Fotografieren. Also, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich sage, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.